Hallo und herzlich willkommen nach etwas über drei Monaten erwidert seiner neuen Folge von Saints Road to World hier auf dem Konfi-Kanal. Natürlich nicht alleine, bei mir ist natürlich wieder der Copa. Oh mein Gott, Saints Road ist zurück. Mein Gott, wir haben wieder Zeit gefunden und Copa hat endlich einen richtigen PC, wo es funktioniert etc. Ja, unglaublich, oder? Hätte jetzt niemand gedacht, dass sowas noch passiert. Und Viola hat eine Mission für uns und zwar den Zombie-Angriff. Oh fuck, ich hab gedacht, ne? Und Copa hat keinen Bock, das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ah, es geht ja richtig wieder gut los. Ich bin schon draußen mit dem Auto. So, wusste das, hab ich seh den irgendwo, bist du noch im Haus da drin? Ne, ich bin oben auf dem Haus, da stand's zum Hubschrauberlandeplatz und ich wollte jetzt darüber fliegen, aber irgendwie kann ich mir hier keinen Hubschrauber holen. Ja, läuft. Oh, Rose closed, who gives a fuck? So, ich müsste ja einen Fallschrauber haben, wenn ich falle. Wie ich von hier den Schei sehe. Ich bin irgendwie so 50 Kilometer entfernt gefühlt und höre dann deinen Schrei so, als würde sie so direkt neben mir runterfallen. Jo. Ich bin ja gespannt, ob wir jetzt quasi immer noch den Bug haben, dann beim Autofahren, wenn du fährst, oder ob das halt dann wirklich quasi an deinem PC lag. Ja, da bin ich gespannt. Wahrscheinlich, gerade habe ich auch hier eine, ähm, das einzige Problem, was in einem neuen PC ist, ist, dass halt, ähm, kann ich einfach mal erzählen, sodass halt, äh, eine extrem schwache, also erstmal keine LAN-Verbindung, weil, anderes Stockwerk, also, da trennen Stockwerke mich von dem, von dem Router. Das ist halt ein bisschen schlecht und halt, die WLAN-Karte ist ziemlich, äh, behindert, auf jeden Fall die Antennen sind nicht schlecht. Und, äh, da schaffe ich echt nur vernünftiges mit dem WLAN-Repeater, den ich hier neben mir habe, aber, ich hoffe, dass das nicht unsere Spiel-Elitmus beeinflusst. Wie langsam technisch geht, ob Repeater oder nicht, wie langsam in die geht, ist ja eine Ordnung. Hm, hm. So. Was sind wir warten für? Äh, 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 äh. Weißt du, die Maske ist so groß, dass diese Fresse, das ist sogar über den Bildschirm hinausgeht, das heißt, man sieht gar nicht die richtige Fresse, also die Maske-Fresse. und die Euro ihr werdet gleich sehen was für eine sächliche Maske ich glaube das auch etwas ist schon was wir haben es hatten wir im letzten Portion nicht an ja ich weiß es nicht ich habe mich angeguckt so sagen wir mal so wir haben das letzte Mal so im August gespielt also ich schon eine Weile 17 August Stabbing das ist immer noch schneller als Baird mit seinen Projekten um um das war es wird jeder schnau erster da bis heute heißt das mit der ersten der von dieser Fresse wird über die Euro oder so was ich habe ich überhaupt verhaftet bei was hat die Karte bekommen ja es sind nicht mehr ziel und die Karte oder es ist nicht mehr oder oder der die Karte mit und die Vicky, so lange ich mich aufhören Komm, ups! Ach, schade, ich dachte, ich könnte jetzt so einen Need for Speed Underground-Stunt über... ... in eine Kredite gemacht, nicht? ... zurück zum Rücken. ... da sind drei Container, die das Virus in den Luft verleichtert werden. Sie müssen in Wasser, um neutralisieren zu werden. Ich denke, du kannst das behandeln? Mayor Reynolds, Stagg, hat mir nur das Werk, das ich brauche. Aber bisher hat es ja mit dem Auto vorhin ganz gut geklappt. Vielleicht lag es ja am Laptop und nicht an dem Scheiß-Spiel-Serum. Hm. Herr, du bist echt einer, gleich gut. Also, was hat das Spiel, bitte noch, Alter? Also Zombies gibt es so und so alles und so. Zür worm, oh my God! Nein, non, nein, 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 nä, ich will die Lashle wieder reguliert werden, helppend. Viele Zombies. Hau ab! Ich würde doch doch... Na, hier sind mehrere sens trying to go up! Hier sind die Leute wär MD делает's catching. in Wasserfusschen zu platzend Schallwaffe man sollte und von der Geschöpft und zwar so Prozent zu viel vorhanden gibt es zu mir und ich glaube der Träger gesteckt jetzt brenn ich auf einmal oder auch ist in der zogen ich werde gebissen mein gott von einer fetten frau ist ja trocken und sie hat mich essen brennende zombies nerven aber lauf auf ihn daher zu laufen nein ich kann nicht mehr spritten ja lenke sie auf dich ich gehe es lang weiter fick dich group survival scheiß konfigkanal groupies ja wir sind schon so family müssen sie zerplatzen du wichser du willst ja ein bisschen dass du dich mal um unsere fans hier kümmerst ja ihr kennt mich mal ne die zombies ja verpisst euch viel zum jula ich komme wenn ich noch ausdauer hätte das wort hieß hätt tü bin ich hier richtig das wort hieß hätt ne was oh mein gott bitte alles allein ich hab viola vom dach geschossen oh du bist echt genial ey hälfte bekommst du noch umgerannt und ein schilder gewissen also wollen für die knabbern ich bin so heiß aber meine güte ja ich bin auch heiß aber mir muss man nicht knabbern ach ich bin ich bin ich bin ich bin das ist nervig dass sie keine autos sind was denn du wieso ist der marco jetzt rumgesprungen ich bin gerade war das ja zombie gas wer hätte nicht gedacht so was herzustellen ne eine geniale idee oh nein vierte frau kommt wieder in gerannt weg richtig gut zumbies blättert unter der brücke ist der scheiß und weggeschopst so bist du auf der brücke nee ich komme einfach von der seite oh mein gott das ist ein riesiger oleg zombie oh mein gott nein kümmern dich um ihn ja jetzt geht er zu dir hat doch wirklich keine anderen waffen ich hab noch nicht probiert ob man wechseln kann ach so das ist viel besser mit pistolen brenn der zombie verpisst euch ich hübs mich einfach um hier ach mal ab hier oh mein gott lass mich nur lass mich nur yes doppel mp haben ihn erledigt ja wechsel auf waffen ist viel einfacher jetzt haben wir es nicht so nervig aua bam und weg gesprengt ok container zerstört doch nicht schön wort das wieso müssen die intakt bleiben was ist das ja wir behalten die seuche oder was ja wenn du die container zerstörst dann gehen die fährst du ja kaputt und alles strömt in die luft und wenn es unter wasser ist kann es nicht in die luft strömen quasi ja oh einmal mit profis zerstömen geht es nicht um logik einmal mit profis das wirst du nicht schaffen oh man fernende zombies ich hasse es die ganzen scheiß abonnenten hier die nehmen auf dem sack ja sie brennen für mich oh mein gott ich kann nicht mal nachladen Ja, das war's. Ich störe, ey. Guck mal, die brennt und dann bin ich schon nicht angezündet. Ach, jeje. Alles muss man alleine machen. Eier Schuss. Ja, super. Ich kann. Zombie ist auch euer Schuss. So. Wieso habe ich noch nicht schon endlich Ausdauer geskillt? Kann ich das überhaupt schon skillen? Hat man ja immer zu wenig Geld zum skillen. Verpiss dich, du Fette, ey. Meine Güte. Lass ihn doch mal ran. Nein. Lass mich doch ran, ey. Nein. Du bist doch hier der heiße Boy hier. Hab da schon jemanden. Du bist noch frei. So. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, dein Kerl beißt mich. Geh weg. Ja, lass mich doch ran. Ein bisschen experimentieren, Zap. Nee, das ist schon okay. Two Zombies, one Zap, oder was? Nee, lass mal. Oh, noch ein Kerl. Geh weg. Geh weg. Oh. 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 So, Kopa kommt zur Rettung. Oh, endlich ab, eh. Oh. 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 Oh, ja, ja. Kick muss es weg. Scheiß Abonnenten. Boah, 7 Va with a name. dig дом. Abonnenten, Hilfe, ich komme nicht weg. Ja, Sepp Atatuna, Karlsruhe. Echt mal. Wieso bist du schon da drin, wenn ich das zuerst aufmachen muss? Weil ich dich die Tür rein will. Die Urlauben schützen, ich habe sie erstmal angekissen. Oh, Atta, hallo ab. Wir sind zu anhänglich geworden, wir müssen sie vernichten. Tötet all die Abonnenten. Können wir... Das waren doch nur 90, ey. Meine Güte, was ist das geworden? Sie vermehren sich. Tötet sie, bevor sie Eier erlegen. Tötet sie, bevor wir Werbung schalten können. Sie erzählen schon. Ja, bevor wir Geld dadurch verdienen. So schwierig. Muss man die auch ganz aufladen? Nö, zum Töten schon, aber du kannst sie auch wegschubsen einfach. Okay, letztes Fass. Also, warum wir warten mussten, ich verstehe sie nicht. Keine Ahnung, jetzt kann Viola auf einmal sich selbst beschützen. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's. Vielleicht hat sie gerade ihre Tage gehabt oder so kurz. Pff. 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 Wahrscheinlich muss sie einfach nur ihre Gasmuskulos operieren. Dort, keine Ahnung, wie viel. Ja, möglich. Würde ja in so einer Werkstatt zu großen machen. Werkstatt. Ja. Wer stoppt. Alter! Knabber, 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 knabber. Knabber, knabber, knabber. Knabber, knabber, knabber. Ja, was. Na, natürlich. Ne, du bist ein Zapp. Ich ziehst aus wie ein Zapp. Oh mein Gott. Hahaha. Hahaha. Und level up hier. Ja, wenn, dann bin ich der Hamburger. Boah. Geh ich auf den Sack hier. Während sie an die Knabbern schubs ich das in den Fluss rein. Stopp geschafft. Nehmen den Chemikalien. Stopp. Terminieren. T VHS, das ist doch mehr. Ich brenne. Alter, Brenner, Brenner, serie Brenner. Brenner, Brenner, Schütz. 회pe ich enorm auf den Schulformular. Ich hab das, ich hab das Handel gewonnen. Ach, die Ola wird schon endlich dabei rausgekommen. Ja, alles geht. Alter! Nomnomnomnomnomnom. Komm wieder her. Ja. So, Zombie-Virus für den Bürgermeister vernichten oder Zombie-Virus Oleg zurückbringen. Zombie-Begleiter oder Byrd Reynolds und SWAT-Begleiter. Was wollen wir tun? Was sollen wir tun? Ach so, du fährst in den Laster. Ah, lass mich rein! Lass mich in den Laster! Ich helf dir! Wir dürfen dich auren. So, los geht's. So, was machen wir denn? Entkomme oder versenke ihn. Boah, wollen wir Zombies haben? Oder wollen wir SWAT haben? Also... Na, eigentlich Zombies sind ja machen schon eine Sache immer ikonisch. Also... Saints mit Zombies? Hörst du schon mal besser? Was meinst du? Von mir aus können wir machen. Muss mir wohl ein Beißer-End-Kombo mit ihm. Ja, also Zombies sind generell cool, deswegen... Ups! Haha! My bad. Aber und Monster-Stunt. NP. Mit einem LKW. Das ist Physik. Commander, was zur Hölle machst du? Es gab einige Komplikationen, Senator. Komplikationen? Nicht mit mir über Komplikationen! Ich will Resulte! Du willst Resulte? Dann veröffentlichen die Dadaalys. Ich denke, der Kongress wurde an Bord. Hohmann-Sicherheit würde es nie verhindern. Das ist aus Kontrollen. Ich komme zum Stilport. Zombies und Monika, Hughes? Oh, sch***! Oh, sch***! Oh, sch***! Zombie-Angriff geschafft! 17.600 Dollar! Respekt! Und Zombies kommen, um im Kampf zu helfen. Ja. Und die Gasmaske als Gegenstand. Bekanntheit-Werkrufe Bürgermeister Bill Reynolds an, um die Bekanntheit bei den Gesetze zu entfernen. Das ist nützlich. Ja, das ist ziemlich nützlich. Das ist ziemlich nützlich. Brrrr! Geräumstert. Ah, Qualität. Das K für Konflikt. Bei Konflikt steht der für Qualität. Gebranntes Kind. Gebranntes Kind. Hirn. Was? Das ist bestimmt wieder nicht schief in, was nur auf Englischfleisch Sinn macht. Hm. Ähm. Ja, wenn ich so auf die Partlänge schaue, geht es erstmal so als Part in Ordnung. Soll ja klein anfangen und dann kurz wieder weiter machen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.